Ich habe jetzt 18 Vorlesungen in die Woche, außerdem studiere ich viel von zu Hause aus. Und im Seminar habe ich einen Vortrag gehalten über, über, über die hypergeometrischen Reihen von Gauss. Spricht nur, wenn man sie auffordert und macht keine Fehler, das gefällt den deutschen Professoren. Spricht hier nur die Sprache der Mathematik? Wie alt als Deutsch verstehe ich kaum, wie sollte ich der Unsinn sprechen? Weder ich noch meine Tochter werden es erleben, dass eine Frau einen Lehrstuhl bekleidet.